Ich bin Gabrielle Steiner, ich kenne euch noch nicht alle, aber manche schon von gestern. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und ihr findet es vielleicht ein bisschen eng. Ich habe das getestet heute, wie wir das mit den Stühlen hinkriegen und fand, dass wir mehr Platz haben als im Flugzeug, mehr Beinfreiheit als bei der Deutschen Bahn. Und wir lassen hinten das gekippt, dann ist es auch fast wie Klimaanlage. Und warum haben wir euch hier reingeholt und nicht wie sonst, wenn wir in der Uni einen Platz, einen Saal für den Piero angemietet haben oder oben im Ratssaal in Wensberg. Der Piero kommt schon seit 1996 zu uns, regelmäßig uns besuchen. Und oft haben wir einen großen Seminarraum angemietet, wo dann noch mehr Leute reinpassen, damit auch viele was von ihm haben. Aber ich wollte ihn so gerne hier haben. Ich finde es wie ein Segen für unser Haus. Und deshalb sitzt ihr heute etwas enger. Und ihr habt aber, es ist ja wie so ein Exklusivkonzert oder sowas. Also nur 40 der heißesten Fans. Und vielleicht passt das auch zum Thema, weil er heute nicht ein Thema hat, wo er über ein allgemeingültiges Thema, was alle Menschen interessieren würde, spricht, sondern über seine Ausbildungszeit bei Roberto Asagioli. Und ich glaube, das ist, ich kenne euch nicht alle, aber ich glaube, ihr seid alle Psychosynthese-Fans. Und ja, teilweise viele von euch sind jahrelang ausgebildet, auch in anderen Schulen, habe ich gesehen, sind hier bei uns. Und ich glaube, es ist was Kostbares, dass wir noch jemanden haben hier, der den Roberto Asagioli persönlich erlebt hat und aus der Zeit erzählen. Und deshalb freue ich mich ganz doll auf heute Abend und freue mich ganz doll auf den Piero für uns. Und auch die Sonja, die auch seit 1996 dem Piero übersetzt, die haben schon so richtig die S-Bahn schon hier oben. Die können das schon, ohne sich anzugucken, können die schon miteinander arbeiten. Gut, dann viel Spaß. Okay, well, I never gave this talk. Nun, ich habe diese Rede noch nie gehalten. Manchmal spreche ich in Workshops, weil Leute mich darum gebeten haben. Dann würde ich einige Episoden erzählen von meiner Zeit mit Asagioli. Aber das habe ich noch nicht in einer systematischen Art und Weise gemacht. Und es macht Sinn, weil ich habe mal eine Notiz von Asagioli oder bei Asagioli gefunden. Und dann hieß es, der deutsche Geist denkt gerne in systemische Art und Weise. Er hatte Notizen gemacht über verschiedene Länder und über die spirituellen Geschenke, die diese verschiedenen Nationalitäten der Menschheit gegeben haben. Und vor ein paar Tagen, als ich gelandet im Landeanflug war und begann die Landschaft kurz vor Köln zu sehen, Und ich denke, dass Asagioli eine starke Affinität und Nähe zu der deutschen Kultur hatte. Ich weiß nicht, wen ich zuerst nennen soll. Vielleicht Goethe. Und die letzten Zeilen im Faust. Wo es um das ewig Weibliche geht. Das war sehr wichtig für ihn. Das war sehr wichtig für ihn. Und Wagner, wenn er jung war, ging er nach Bayreuth. Und als er jung war, ging er jedes Jahr nach Bayreuth. Und natürlich deutsch sprechende Menschen wie Freud und Jung. Und auch Hermann Kaiserling. Und natürlich sprach er fließend deutsch. Und natürlich sprach er fließend deutsch. Es ist nicht so einfach, fließend deutsch zu sprechen. Wo soll ich jetzt anfangen? Also, ich beginne am Anfang. Und das war um die Zeit, als ich 23 war und da war ich eine Zeit lang in Kalifornien gewesen. Und die Szene dort war sehr aufregend. Ich war zufälligerweise der Neffe von Laura Huxley. Laura Huxley, die mit Aldous Huxley verheiratet war. Und sie hatte ein Haus direkt vor diesem Hollywood-Zeichen. Und sie führte mich ein, in verschiedenen Methoden den Geist zu erweitern, denn sie war Expertin da drin. Und das waren unglaubliche Zeiten für die amerikanische Kultur. Und ich wurde voll hineingeschmissen worden. Und ich habe fast alles versucht, was es zu versuchen gab. Körperarbeit. Und ich habe LSD genommen. Sie lachen, aber das ist ganz ernst. Sie lachen, aber das ist ganz ernst. Damals war es eine ernste Sache. Heute, später war es etwas, wo man auf einer Party ist und dann schmeißt man sich ein bisschen LSD ran. Aber zu dem Zeitpunkt war es wie ein Sakrament. Oder wie Forschung. Um andere Räume des Geistes, des Gehirns, des Geistes zu erschließen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr geöffnet. Und das hat mich auf jeden Fall sehr geöffnet. Und ich hatte schon von ihm gehört, aber hatte ihn nie aufgesucht. Also dachte ich mir, ich müsste diesen Mann kennenlernen, also schrieb ich ihn an, als ich zurück nach Italien kam. Und er sagte, nun kommen Sie nach Florenz. Ich lebte zu dem Zeitpunkt in Turin. Ich konnte nicht erwarten, aus Turin rauszukommen. Und jetzt ist es eine viel bessere Stadt. Jetzt ist es eine viel bessere Stadt. Since I left, it became better. Nachdem ich weggezogen bin, ist die Stadt besser geworden. Und Florenz became worse, aber es ist still okay. Und Florenz wurde schlimm. Anyway, I came to, just the night before I met Asajoli, I had the dream. And I think that there was this big luxurious car, and Asajoli was in the back. Am Vorabend meiner Begegnung mit Assa Jolie hatte ich einen Traum und da war ein riesen Auto und ich saß im Fond. Ich hatte ihn noch nie kennengelernt und hatte keine Bilder von ihm gesehen. Aber er sah genauso aus wie ich ihn im Traum sah, wie ich ihn am nächsten Tag sah. Und er sagte, komm, ich nehme Sie auf eine Spritztour. Also ging ich zu ihm und besuchte ihn. Und zunächst war ich nicht ganz beeindruckt. Von Natur aus bin ich eher skeptisch. Und ich bin schwierig. Und Assa Jolie sagte, warum kommen Sie nicht und studieren Sie mit mir? Und im Austausch, als Gegenleistung, können Sie mein Assistent sein und mir mit meinen Schriftsachen helfen. Und ich war gerade, mein Universitätsstudium ging gerade zu Ende und ich dachte, ja, das ist ja großartig. Florenz ist ein großartiger Ort. Und so, ich ging nach Florenz und die Idee war, einige Monate dort zu bleiben und dann bin ich da geblieben. Und Stück für Stück fing ich dann an, für Assa Jolie zu arbeiten. Zum Beispiel, er bat mich, meine Autobiografie zu schreiben. Das ist eine sehr gute Art und Weise, um in Berührung mit sich selbst zu kommen. Was hast du bisher in deinem Leben gemacht? Und wenn du deine Gefühle niederschreibst, dann kommt das Unbewusste nach oben. Um, by the way, we will have some time for questions and answers later. So if I say something mysterious, note it in your head and then you can ask. Wir werden übrigens Zeit am Ende für Fragen haben. Also wenn ich etwas sehr mysteriös sage, merken Sie sich das und wir werden das dann nachher besprechen. Und Assa Jolie hatte, was man zu dem Zeitpunkt gute Vibrationen nannte. Er war so derart Mensch, der, als er einen Raum betrat, alle würden plötzlich viel glücklicher sein. Er hat so eine ganz besondere Präsenz. Ich war anderen Therapien ausgesetzt gewesen. Zum Beispiel Fritz Perls, der sehr konfrontativ war. Ich habe nicht mit Fritz Perls gearbeitet, aber ich sah ihn mit Gestalt-Therapie. Und das ist viel konfrontativer. Und während Assa Jolis' Ansatz war, du löst keine Probleme, du vergisst sie. Und statt den Knoten noch fester zu schnüren, soll er gelöst werden. Das heißt, eine Atmosphäre schaffen, in der du dich so gut fühlst, dass du dich nicht so sehr um die Dinge kümmerst. Das ist genauso wie mit Kindern. Also Kinder lösen nicht das Problem Angst haben vor der Dunkelheit. Es ist nicht, dass sie sich hinsetzen und es durchnehmen und dann das Problem lösen. Aber eines Tages denken sie nicht mehr daran. Und das ist das, was mit Assa Joli passierte und natürlich mit ihm meditieren war wunderbar. Ich spreche mehr darüber später, aber für ihn war es wichtig, dass man spirituelle Energie empfängt und dass man es dann ausstrahlt. Wenn nicht, dann bleibt das so in einer Flasche mit einem Korken drauf. Am Ende der Meditation pflegten wir einen buddhistischen Segen zu machen. Liebe an alle Wesen. Mitgefühl mit allen Wesen. Freude für alle Wesen. Und Gelassenheit für alle Wesen. Wie ich sagte, ich war ziemlich neugierig. Also, während der Meditation hatte ich manchmal ein Auge öffnet, um zu schauen, was Assa Joli gerade macht. Und einmal habe ich meine Augen geöffnet, als er sagte, Freude an alle Wesen. Und da kam so viel Freude aus ihm heraus, dass man es quasi mitnehmen konnte und in die Tasche stecken. Und nach Hause nehmen. Aber er spürte, dass ich ihn ansah. Also öffnete er auch seine Augen. Und in dem Augenblick begegneten wir uns in der Freude. Und das war wunderbar. Und danach, jedes Mal, wenn wir die Meditation machten und als es um die Freude ging, haben wir immer die Augen geöffnet. Und er sagte, ich hatte es nötig, an die Freude zu meditieren. Und das erzähle ich Ihnen später. Ich sage später etwas über das Setting dieser Meditationen. Kosmos. Kosmosphäre. Es ist wie ein Glocke, ein Glocke. Aber es hat alle Sterne. Also ein Kosmosphäre. Glocke. Glocke. Ja. Mit einem Licht innen drin. Es macht eine schöne blaue Farbe. Und es hat alle Sterne. Und der Gedanke war, dass wir uns daran erinnern, dass wir im Universum sind. Und wenn wir irgendetwas im Kontext der Galaxie betrachten, dann ändert sich alles. Das war die Idee. Und immer, wenn jemand heiratete. Zu dem Zeitpunkt habe ich nie geheiratet, weil der Gedanke an Heirat hat mich erschrocken. Aber einige meiner Kollegen heirateten. Und er gab ihnen diesen Sternenglobus als Hochzeitsgeschenk. Und er sagte, das hat einem besonders nötig, wenn man heiratet. Die Idee war, sich des Selbstes bewusst zu werden. Und die Definition vom Selbst, die Assajoli gab, ist sehr präzise. Und es ist sehr präzise, wenn man daran denkt. Es ist sehr präzise und es ist ein Teil von uns, das sich nie ändert. Es bleibt sich immer gleich. Im Gewinnen wie auch im Verlieren. In Trauer und auch in Glück. Das Selbst ist immer da. Es ist das Zentrum. Und es wird nicht beeinflusst von dem Fluss an Sinneswahrnehmungen und Ideen. In der Tat ist es zeitlos. Es ist ein sehr guter Ort hinzugehen. Es ist genau dasselbe, glaube ich, worüber Meister Eckart sprach. Als er über den Seelengrund sprach. Er war hier in Köln, als er seine Predigte hatte. Und er wurde exkommuniziert. Und Tauler sprach auch über das Gleiche. Und es ist dasselbe, was man in Schriften wie die Bhagavad Gita und andere Schriften des Ostens lesen kann. Und auch in Zen heißt es, denk darüber nach, wer du warst, bevor du geboren wurdest. In diese merkwürdige, paradoxe Art und Weise, das ist wie ein Paket. Du öffnest das Paket. Es gibt viele Schichten, du öffnest und öffnest und öffnest. Und dann gibt es das Selbst. Also, als Asajjoli in diese Meditationen ging. Und als er nach den Meditationen zurückkam, konnte man sehen, dass er nach den Meditationen zurückkam. konnte man sehen, dass er zu einem Ort gegangen war, der sehr weit weg war. Aber vielleicht die wichtigste Lehre, die ich von ihm bekam. Da ging es um Immanenz, das heißt, hier zu sein und in Beziehung zu Menschen zu treten. An einem gewissen Zeitpunkt kam meine Mutter nach Florenz und besuchte mich. Und ich erzählte dieses Asajjoli, nur damit er Bescheid weiß. Es ging nicht darum, dass ich wollte, dass er sie kennenlernt. Weil wir an dem Tag besonders interessante Arbeit machen wollten. Wir wollten arbeiten an der Erweiterung des Bewusstseins. und das Selbst und das Kosmos und all diese Dinge, die interessant waren. Und Asajjoli sagte an einem bestimmten Punkt, weißt du, ich möchte gerne deine Mutter kennenlernen. Und ich sagte, wieso, wir wollen ja über diese anderen Dinge sprechen. Ich war noch in dem Alter, wo man seine Eltern ja so... Und er sagte, ich sagte, können wir das vielleicht ein anderes Mal machen? Und er sagte, nein, nein, also ich möchte, dass du deine Mutter sagst oder fragst, ob sie hierhin kommen kann. Und er kam meine Mutter und sie lernte Asajjoli kennen. Und er behandelt sie sehr gut, wie er jeden behandelt. Und er erzählte meiner Mutter alles, was sie über mich hören wollte. Und ich lernte an diesem Tag, wie wichtig es ist, über unsere Beziehungen zu lernen. Dass das Geistige nicht dazwischen kommen darf. Schau erst mal deine Beziehungen an. Wie sind sie? Und ein anderes Mal diktierte Asajjoli eine Rede, die er halten wollte. Oder ein Artikel, denke ich. Und plötzlich kam seine Frau hinein. Seine Frau war etwas senil zu dem Zeitpunkt. Und sie kam in und sie sagte, Robertino, Robertino, Robertino. Komm und benustige meine Freunde. Und ich merkte, dass Asajjoli nicht so erpiecht darauf war. Und er sagte, okay, in Ordnung. Ja, das. Und er unterbrach dann. Das war mir eine große Lehre. Denn wer auch immer gerade in deinem Leben ist, man begegnet diese Person. Es ist dieselbe Lehre wie Martin Buber. Es ist dieselbe Lehre wie Martin Buber. Es ist dieselbe Lehre wie Martin Buber. So. Aber können Sie sich vorstellen, was das Vorderste in meinem Gehirn zu dem Zeitpunkt war? Try and guess. Versucht es zu erraten. Versucht es zu erraten. Sie wagen sich nicht. Well, maybe that was the second most important. Vielleicht war das die zweitwichtigste Sache. Woran denkt ein 24-jähriger alter Mann, also Deutscher oder Italiener? Frauen, Mädchen. Das konnte ich nicht aus dem Kopf kriegen. Und das würde ich sowieso nicht. Und ich verliebte mich permanent zu einem preoccupierenden Level. Zu einem Level, wo man sich beurteilen würde. Weil meine Gefühle diese Bewegungen immer machten. Und ich dachte, die Frauen wären die brilhante Erfindung. Und ich dachte, die Frauen wären die brilhante Erfindung. Und ich, aber wenn ich über die Expansion des Consciousnesses und Nirvana lese, waren sie alle single Männer, und sie waren alle Mönche. Diese Erweiterung des Bewusstseins und spirituellen Dinge las, das waren immer Männer und Mönche. So that worried me a bit. Und das besorgte mich etwas. Und ich war worried about how to reconcile the two things. Das machte mir Sorgen, wie man die zwei irgendwie so in Einklang miteinander bringen konnte. So the point that I tried to deal with Assa Jolie was how can you have both? Und was ich mit Assa Jolie besprach und die Lösung finden wollte, war, wie kann man beide haben? Und Assa Jolie sagte, well, that's not so difficult. Assa Jolie sagte, nun, das ist gar nicht so schwer. Sogar Platon sagte, manche gehen den Weg des Eremids. Der Weg der Abkoppelung. Der andere Weg ist der Weg der Schönheit. Der Punkt ist, hört nicht auf die Freude und die Schönheit der Frauen, die sie kennen, die sie begegnen. Sondern lerne noch mehr wunderschöne Frauen kennen. Und genieße die Schönheit von Kunst und von Musik. Und genieße die Schönheit von Kunst und von Musik. Hab Freude an der Schönheit der Natur. So that you're not so, that's a problem with the way of beauty, that we become obsessed with just one person or one thing. Das ist das Problem mit der Schönheit, dass wir versessen sind auf nur eine Sache oder eine Person. Instead of opening. Statt zu öffnen. And appreciating all aspects of beauty, including the inner beauty. Und alle Aspekte der Schönheit, einschließlich der innere Schönheit der Menschen zu genießen. Die Schönheit der Intelligenz, die Schönheit der Güte. So that gave me quite a bit to work on. So that gave me quite a bit to work on. And I'm still working on it. And I'm still working on it. Because that beauty is, there's always something more. Weil die Schönheit ist, da ist immer noch mehr. Und an einem gewissen Zeitpunkt bekam ich einen Brief von der Armee. Denn zu dem Zeitpunkt mussten alle junge Italiener zur Bundeswehr gehen. Und ich hatte das immer hinausgeschoben, hinausgeschoben, weil ich zur Universität ging. Und sie sagten nun, aber jetzt müssen sie kommen. Ich habe dann vorgetäuscht, meine Prüfung, bei der Prüfung durchzufallen. Weil sie haben intelligente Tests, und ich versuchte sie mehr falsch machen. Aber sie würden sie nicht kaufen. Und ich habe dann alles falsch gemacht. Aber sie ließen sich nicht täuschen. Es war nämlich Pflicht. Ich musste dann in die Baracke mit 30 anderen Soldaten. Und mit einem Gewehr marschieren. Und sogar eine Bombe werfen. Es war keine wirklich gefährliche Bombe. Aber ich musste es machen. Und das mochte ich überhaupt nicht. Und ich sagte Asajjoli, ich war sehr schade, weil er mit ihm stoppete. Und ich hatte aufgehört mit ihm zu arbeiten. Für 15 Monate, das ist doch verrückt. Und er sagte, du musst mit dem Unausweichlichen, mit dem Leben kollaborieren. Das Leben schickt uns in Situationen, die wir nicht mögen. Vielleicht sind es Leute, es können jegliche Dinge sein. Und wir können einfach protestieren und es nicht mögen und nicht glücklich sein. Und stattdessen können wir fragen, was kann ich hiermit machen? Was kann ich lernen? Was kann ich lernen? Und er hatte Meditationen über Friede und Nationalismus. Kann man sich das in faschistischen Italien vorstellen? Also haben sie ihn ins Gefängnis. Er durfte das nicht machen. Und als er im Gefängnis saß, hatte er einen Durchbruch. Weil er erkannte, dass trotz der Tatsache, dass er körperlich ein Gefangener war, war er frei im Inneren. Und er machte Notizen für ein Buch namens Freiheit im Gefängnis. Und dieses Buch ist mittlerweile verlegt worden auf Italienisch und auch auf Englisch, falls es sie interessiert. Und der Gedanke ist, egal in welcher Situation man sich befindet, man kann auf eine hedonistische Art und Weise darauf reagieren, also angenehm oder nicht angenehm. Oder man kann sich als ein Selbst auf einem Weg betrachten. Und dieses Selbst ist wie ein Student, der lernt. Und was kann ich aus dieser Situation lernen? Also, als er Jolie meditierte, las die göttliche Komödie, befreundete sich, machte Freundschaften mit den anderen Insassen. Also versuchte ich auch, frei im Gefängnis zu sein. Das heißt, bei der Bundeswehr zu sein, in dieser Art und Weise, die offen war. Und in der Tat wurde es einfacher, als ich dachte. Weil ich dann nach Florenz versetzt wurde und dann konnte ich jeden Abend Assagioli sehen, eine Zeit lang. Es war sehr seltsam, weil tagsüber war ich bei der Bundeswehr. Und abends ging ich dann zu Assagioli, meditierte über die Infinität, die Ewigkeit und Unsterblichkeit. Wie wir manchmal machten. Und dann zurück zu den Baracken, rechtzeitig. Denn wenn ich fünf Minuten zu spät kam, bekam ich Ärger. Was kann ich noch erzählen? Also während dieser fünf Jahre, die ich mit ihm verbrachte, An einem gewissen Punkt wurde Assagioli ziemlich bekannt. Und Menschen aus aller Welt kamen und haben ihn besucht. Insbesondere Amerikaner mochten ihn besonders gerne. Aber ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass Assagioli fast völlig taub war. Man musste ihm Notizen schreiben. Aber manchmal würde ich meine Stimme erheben und ihn ganz laut ansprechen. Was toll für ihn war. Aber die Amerikaner mochten das nicht. Sie sahen hier einen jungen Mann, der ganz laut, diesen ganz fragilen Mann, der wie ein Rabbiner aussah. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und an einem gewissen Punkt kam Lama Govinda. Lama Govinda war ein deutscher Schüler. Gelehrter. Der an einem gewissen Zeitpunkt nach Tibet ging. Und studierte Tibetan Buddhism. Und in seinen 80er Jahren entschloss er sich, nach Europa zu kommen und verschiedene Leute kennenzulernen. Und wollte Assagioli kennenlernen. Und er sah ihn ziemlich ähnlich. Er war so zerbrechlich und mit einem weißen Schnurrbart. Der einzige Unterschied war, dass er so einen Hut hatte, so fast wie so einen Zauberhut. Und er hat eine sehr gelehrter Mann, er schrieb wunderbare Bücher über Buddhismus. Also, Lama Govinda kommt die Treppe hinauf. Und Assagioli fragte mich, wie soll ich ihn begrüßen in der orientale, in der östlichen Art und Weise oder in der europäischen Art und Weise? Und ich sagte, versuche die östliche Art und Weise. Also, als Lama Govinda so Stufe für Stufe heraufkam. Lama Govinda went like that, und Assagioli went like that. Und dann Assagioli went like this, und Lama Govinda went like this. Und so, und dann, finally, the end breaks. Und schlussendlich haben sie sich umarmt. Und sie sprachen miteinander vor uns. Und dann sagten sie, jetzt möchten wir alleine sein, alle sollen weggehen. Nun, Assagioli war fast taub. Und Lama Govinda... Er konnte etwas hören, aber... Er konnte etwas hören, aber... So we wondered, was are they going to... Und wir fragten uns, worüber werden sie reden? Und einer gab dann so ein Aufnahmegerät. Und dann gingen sie hinein und schlossen die Tür. Und als sie nach 20 Minuten wieder rauskamen... Und als sie nach 20 Minuten wieder rauskamen... Sie waren sehr glücklich. Und sie waren sehr glücklich. Und so liefen wir, um diesen Band abzuhören. Und es machte überhaupt keinen Sinn. Sie sprachen über ganz unterschiedliche Dinge. Aber es war offensichtlich, dass sie sich auf einer anderen Ebene begegnet sind. Das war der Weg von Assagioli und von Lama Govinda, dass man sich begegnet auf der Ebene, wer man tatsächlich ist. Und wenn man das machen kann, ist das ein Riesenspaß. Also Assagioli hat mich sehr gedrängt, aufzuschreiben. Und er betrachtete das Schreiben als ein Dienst, das heißt Menschen etwas zur Verfügung stellen. Er sagte, dass Schriftsteller ein Publikum in ganz unterschiedlichen Altern haben kann. Denken wir an Platon, also er hat ein Publikum von verschiedenen Zeiten und verschiedenen Ländern. Denken wir an Platon. Also er hat ein Publikum von verschiedenen Zeiten und verschiedenen Ländern. Das ist eine großartige Sache, wenn es um das Schreiben geht. Of course in our time the average book sells five copies. Im Durchschnitt verkauft ein Buch fünf Exemplare. Aber Assagioli wusste das, ja. Aber das wusste Assagioli. Das waren ganz andere Zeiten. Und dann, an einem bestimmten Punkt, starb er. Aber ein paar Monate vor seinem Tod hatte er ein Interview mit einem amerikanischen Journalist. Sam Keane. Der es gerne ziemlich konfrontativ mochte. Ich denke, man kann dieses Interview im Internet finden. Und er mochte gerne plötzlich irgendwelche Fragen stellen. Um deine Reaktion zu sehen. Und er fragte Assagioli plötzlich, und wie ist es mit ihrem Tod? Sind sie bereit zu sterben? Sind sie bereit zu sterben? Sind sie bereit zu sterben? Und er sagte, also beste Noten für Assagioli. Eine Eins für Assagioli. In diesem Land wäre es eine Eins. Das heißt, Assagiolis Augen blieben die gleichen. Und er sagte, nun für mich ist das Sterben wie eine Reise zu machen. Und ein paar Monate später starb er. Ich war nicht da, ich war in Amerika. Also, ich nahm das Flugzeug und während ich im Flugzeug schlief, ich träumte von einem Sterne, der langsam durch den Himmel fuhr und dann verschwand. Und als ich in Italien wieder zurückkam, war er schon weg. Aber ich erzähle Ihnen noch eine Sache. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, das Überleben nach dem Tod. Ich verspreche, dass ich niemals in Seancen gegangen bin, um mit Assagioli zu sprechen. Manche Leute haben es getan. Und der Geist von Assagioli sagte, er war nicht ganz so glücklich mit seinen Schülern. Aber was mir passiert ist, es war ziemlich interessant. Denn ich sprach mit einem Menschen, der ihn kannte, der ihn einmal begegnet ist. Und er hatte ihr vorgeschlagen, ein Essay von Emerson zu lesen. Ein wunderschöner Essay. Ein wunderschöner Essay. Titel, The Self Reliance. Und der Titel ist, ähm... How is that in German? I know the essay. Self Reliance. Das heißt, dass man sich auf sich selber verlässt. Aber wie die eigentliche Übersetzung im Englischen kann ich leider jetzt nicht sagen. Aus der Pistole geschossen. Aber dass man eigenständig ist und man sich selber vertraut. Ich bin fortverlässlich. Es heißt, im Lass, im Englischen. Es heißt,... In Italian, das ist Translate als confidence in yourself, aber es heißt, Vertrauen in yourself. Das heißt, Vertrauen in yourself. Aber es heißt, sich auf sich selber... Sich auf sich selber verlassen. Ja. Und, uh... Die Frau erklärte mir, dass der Inhalt dieses Essays, Emerson sagte, man muss lernen, sich auf sich selber zu verlassen und auf seine Ideen. Der Unterschied zwischen kreativen Menschen und nicht kreativen Menschen ist nicht, dass die kreativen Menschen kreativer sind. Es ist nur, dass sie mehr Vertrauen haben. Ihre Gedanken, ihre Intuitionen, ihren Gefühlen. Während die nicht kreativen gehen und schauen, was die anderen gesagt haben. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass Assajoli mit mir kommuniziert. Ich war jetzt genug mit ihnen zusammen. Sie sind jetzt alleine. Und jetzt können sie sich auf ihre eigene Stärke vertrauen. Und ich wusste nicht, ob das wirklich Assajoli war oder was immer es auch war. Aber ich dachte, das war brillant, eine Lehre auf diese Art und Weise zu beenden. Nun verlasse dich, vertraue in deine eigene Stärke. Hör auf, ein Follower zu sein. Und das ist es. Das ist es, also für jetzt. Denn ich hoffe, dass Sie Fragen haben. Aber wenn Sie Fragen stellen, dann werde ich mich daran erinnern. Fragen sind immer sehr wichtig, sind sehr wesentlich. Vielen Dank. Applaus Witz 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 für mich und danke, Sonja, für die Translatorin. Mein Prazer.